Let the show begin! Die Schwindigkeit jetzt 480 Knoten, ungefähr 5 Sekunden Zeit zu krisieren. Und dann ... ... also die Tätigkeit mit Holzschmelding in die Gewindedekunft verschieben. Die Stimme sind zuständig. Die Werte, jede Schüsse ... ... und die Züge landet in diese 1000 Bullets per Minute. Jetzt strand aus Richtung Süden. Jetzt inzwischen der Rücke hervorkommen. Nur kurze Visierzeit möglich, das Flugzeug ist ebenfalls schwer. Und ... ... das Flugzeug auf dem Rücken schnell demaskieren. Die nächste Schussabgabe voll. ... denn Nummer 2 hat leider 3 in den Platz geschossen. Und ... ... die Tüge war mit der Schussabgabe. Aber ... ... die 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Kratzerin beginnt unsere Sitz. Und so den Liedern im Griff behalten, der Gluck ist wie Niklas. ... und abberufen wird für eine Luftverteidigungsmission, gibt er Vollgas, hebt die Nase und steigt möglichst schnell auf seine inbefohlene Höhe. Demo um Helikopter. Die PC7 ist in das Sperrgebiet eingeflogen und der Super Puma hat ihn abgefangen. Die PC7 schwenkt mit dem Flügeln und sagt somit, ich werde folgen und ich gehorche. Diese Informationen müssen nahtlos an die Einsatzzentrale Luftverteidigung weitergeleitet werden. Dann fliegen am Karte vorbei und aus Richtung Westen... ... die ganzen Flugwege vor ihm beobachten und wenn er irgendetwas Bedeichtiges sieht, dann natürlich auch sofort seinen Kollegen warnen und dann auch hier. ... und jetzt müssen wir andere Mittel angreifen. Genau, also die Flares wurden ausgestossen und jetzt schauen wir mal, ob sich dadurch... ... jawohl, die Citation lässt sich verantworten... ... und... ... hat reagiert... ... also hier, der letzte Überflug meine Damen und Herren, Luftpolizeidienstmission im Bereich. Chat mit ausgefahrenem Fahrrad. Wir werden auch hier mit dem Flugzeug... ... zur zweiten Patrouille mit ihren grauen Einsatzschirmen, dem RA-360 und den Fahnen des KSK und der Luftwaffe. Grau bedeutet schlecht sichtbar und genau das ist die Absicht. Das unbemerkt infiltrieren links. Auf der röter Seite. Und mit diesen wunderbaren Bildern verabschieden sich die Swiss-Paravings herzlich... ... und sagen auf Wiedersehen, au revoir, arrivederci und goodbye. Und gebe somit zurück an dich, Lichten. Danke. ... und wird für folgende Zwecke gebraucht. Natürlich eben zum einen für das Auslaufverfahren... ... oder Saisen. Sehen Sie ein... ... dreimaliges... ... Displaypilot und der legt sich noch einmal richtig ins Zeug... ... und sehen Sie hier eine abgabendige Demonstration, die Sie können. ... die Sie können. ... und sehen Sie dann nach. ... ... auf diesem Moment nach. ... ... und ein bisschenständiges! ... ... ... ... ... ... ... Manöe verseret, mit einem Maximal 8G. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020